...des Abfluggates eventuell kurzfristig geändert hat. Bereits geschehen ist das bei dem Flug nach Prag, die LH1400, da ist der richtige Flugstag jetzt A4. A4 nach Prag. Alle Gäste, deren Reise in Frankfurt endet, erhalten ihr Gepäck im gleichen Terminalbereich, in dem sie ankommen. Ladies and Gentlemen, if you are...